Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit mir, mit dem Springer aus Härten und natürlich... Mit mir, mit Anche Wessels. Hallo und ich habe ein bisschen Angst. Ach Anche, das heute wird dein großer Auftritt. Ich hab's im Blut. Warten wir mal ab. Ja, worum geht's heute? Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab vor einiger Zeit mal eine Folge, die hieß Anche grillt den Springer. Da hat Anche mir nämlich Fragen gestellt und zwar sollte ich folgen anhand der SprecherInnen erraten, was mir auch gut gelungen ist. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Du hast, kannst ruhig sagen, alle Punkte geholt. Ja, und ich glaube, das wirst du heute auch schaffen. Ah ja. Also wir machen es etwas anders. Ich werde nämlich Anche nach den Figuren fragen der jeweiligen Folgen. Übrigens entstanden diese Folge vorwiegend aus Community. So ist das. Aus Community-Impulsen heraus. Genau, die haben die Folge gehört und fanden sie so toll, dass sie sagten, das Ganze muss auch mal andersrum gemacht werden. So ist es. Und ich bin wirklich mal richtig, richtig gespannt. Nach drei Jahren Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Feuer frei für Anche. Ja, vielen Dank. Im Grunde müsste ich jetzt hier einen Buzzer haben, aber gut. Ja, ich konnte ja auch nicht üben. Weil wie soll man sowas üben? Also mal ganz ehrlich. Richtig. Aber gucken wir mal. Oh, schade. Gucken wir mal. Aber ich denke, heute werden wir meistens hören... Spitze! Ich habe da nicht die geringsten Sorgen. Okay, gut. Wollen wir dann direkt mal loslegen. Lass uns das tun. Okay. Nummer eins. Bibi, Barbara, Bernhard. Schreibst du es mit oder wie machst du es? Achso, ich merke es mir einfach. Okay. Also, dann Carla, der Bürgermeister, der Schuldirektor, Polizeipräsident, die Lehrerin, Moni, Dr. Wilhelm Klöbner und einige Frauen und Männer plus Erzähler. Mein erster Impuls war die Schnitzeljagd. Das sage ich dazu. Klasse! Das war genau richtig. Ich bin ein bisschen ins Schwanken geraten, weil der Polizeipräsident erwähnt wird. Aber es werden ja sehr, sehr viele Leute bei der Schnitzeljagd erwähnen. Und vor allen Dingen, lustigerweise am Ende, viele Frauen und Männer war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Weil das kommt ja gar nicht so oft vor in Schulfolgen. Ich habe gedacht, der Dr. Wilhelm Klöbner wäre bei dir der Aufhänger gewesen. Ja, ich und Namen. Das ist ja ein bisschen gemein. Und wo kommt Dr. Wilhelm Klöbner her? Aus Herthen? Nee, Loriot. Achso. Die Ente bleibt draußen. Achso. Dr. Wilhelm Klöbner und der Müller-Lüdenscheid. Aber vielleicht gibt es ja auch in Herthen einen Dr. Klöbner. Vielleicht. Super, super, super. Ich habe das übrigens, ich habe die Fragen in die Kategorie so leicht, mittel und schwer unterteilt. Das war? So mittel, hätte ich gesagt. Okay, dann geht es weiter. Bibi, Barbara, Bernhard, Kala, Bürgermeister, Pichler, Herr Klappermann, Frau Müller-Riebenseel, Mania, Abraxas, Walter Jakob und der Erzähler. Walter Jakob? Genau. Ja, ich habe Frau Müller-Riebenseel im Kopf. Walter Jakob sagt sie da. Ganz genau. Kannst du nach Pichler und Bürgermeister und Kala nochmal sagen? Herr Klappermann ist auch noch dabei. Klappermann ist dabei? Weil ich wäre nämlich sonst bei die neue Schule gewesen, aber da ist Klappermann nicht dabei. Und kein Walter Jakob. Und ich weiß, Walter Jakob soll an die Tafel gehen. Richtig. Und dann lachen alle, weil er macht irgendetwas Quatschiges. Also wahrscheinlich hat Bibi vorher gehackst. Du bist komplett auf der richtigen Spur. Aber mich irritiert Herr Klappermann da so. Ja, der bringt Post. Was er sonst so. Ja, aber er bringt ja in der Regel immer Post, die auch dann für die Folge relevant ist. Ich weiß es nicht. Also keine Tendenz, gar nichts. Wie gesagt, ich bin so bei die neue Schule jetzt drin. Bisschen später. Mann, ich habe diesen Satz im Kopf. Ich weiß es nicht. Es ist Freitag der 13. Da ist Klappermann dabei. Ach ja, er bringt ja die Briefe, die am Ende sich alle als was Gutes entpuppen. Richtig, so ist es. Ja, hast recht. Und stimmt, er schreibt nämlich an die Tafel und die Zahlen ändern sich alle. So ist das, genau. Okay, dann Bibi, Barbara, Bernhard, Boris, Carla, Bürgermeister, Maia 2, Karl-Heinz Hastig, Herr Wurstmaxe, Nachrichtensprecher, Zwei Männer und der Erzähler. Das muss ja eine sehr frühe Folge einfach sein. Sag nochmal, ich habe eine Tendenz, also das kann nur Bibi halt den Bürgermeister sein. Ja, selbstverständlich, ne? Weil das Debüt von Carla, natürlich. Ja, und eben. Maia 2, Karl-Heinz Hastig, der Wurstmaxe. Das ist die einzige Folge, in der sich, glaube ich, Boris und Carla überschneiden, ne? Wenn der Wurstmaxe grillt. Äh, fast, naja, fast, fast, fast. Okay. Dann kommt jetzt die vierte Frage. Bibi, Barbara, Bernhard, also die drei werden sehr häufig vorkommen. Ja. Carla, Mania, Amanda, Frau Patschke, ein Schornsteinfeger, ein Straßenkehrer, Fritzi und der Erzähler. Der Straßenkehrer, das kann nur Wurst Kartoffelbrei sein. Ganz genau. Ja, er denkt, er fegt den Weg mit Spaghetti Bolognese. Also mit Spaghetti, genau. Ja. Ist dir klar, dass du mit Kartoffelbrei die Straße fegst? Nein. Die fünfte. Bibi, Barbara, Bernhard, Carla, Bürgermeister, Pichler, Eddie Edison und der Erzähler. Ohne Schubja. Ohne Schubja. Sonst wäre ich beim Wettfliegen gewesen. Mhm. Oh, wo überschneiden sich denn Eddie Edison? Nee, bei dem Hexenbesen, bei der Besenflugprüfung fehlen, würden die Hexen fehlen? Genau. Oh, in welcher Folge spielt denn Eddie Edison noch mit? Ist das möglicherweise verhexte Weihnachten? Korrekt, so ist es. Sehr cool. Ja. Im Grunde ein kleines Ensemble, plus halt eben Eddie Edison. Ja. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wenn ich dir das normale Ensemble vorlese, wäre es Mittel. Okay. Ich könnte dir noch, aber ich lasse es erstmal so. Okay. Also, Nummer sechs. Bibi, Barbara, Bernhard, Schubja, Valpurgia, Mania, Amanda, ein Nachrichtensprecher und der Erzähler. Okay, sag nochmal. Unser Dreigestirn. Und dann Schubja, Valpurgia, Mania, Amanda, ein Nachrichtensprecher und der Erzähler. Ist das der Hexenfluch? Es ist der Hexenfluch, völlig richtig. Ich hätte nämlich jetzt auch noch Pipinella, Compotia, Anaconda, Zoldonia und Schwefli. Ich glaube, das hätte mich nur, ja, okay. Die alle irgendwie einmal nur hier sagen. Bei mir war es tatsächlich der Nachrichtensprecher. Ah, der Nachrichtensprecher, okay. Der ja über die Wetterlage spricht. Also, das ist eine ganz beiläufige Bemerkung, Nachrichtensprecher, die war es in diesem Fall. Okay. Ja, dann geht's weiter. Bibi, Barbara, Bernhard, Carla, Frau Müller-Riebenseel, Herr Klappermann, Marita, Florian und der Erzähler. Das muss jetzt aber der blaue Brief sein. Ja, aber sicher ist das der blaue Brief. Klasse, das war genau richtig. Eine meiner meistgehörten Folgen überhaupt. Marita und Florian mit Basteln und Duschen. Oh Gott, ja. Es ist wirklich legendär, oder? Sie machen gar nicht Mathe. Sie machen gar nicht Mathe. Na, Basteln und Duschen. Kommt mal da drauf. Kannst du dir vorstellen, wie Bibi mit Flori unter der Dusche... Nee, lassen wir das bleiben. Wer kommt auf solche Konstruktionen? Ja. Gut. Na ja, Marita halt. Das kommt kurz hinter der Eierpampe, aber gut. Okay, jetzt wird es etwas schwerer, kann ich schon mal sagen. Bibi, Barbara, Bernhard, Carla, Frau Müller-Riebenseel, Marita, Florian, also fast das gleiche wie gerade, aber jetzt noch Mania und der Erzähler. Nochmal bitte, ich habe eine Tendenz. Bibi, Barbara, Bernhard, Carla, Frau Müller-Riebenseel, Marita, Florian, Mania und der Erzähler. Der Bürgermeister war jetzt nicht dabei, ne? Der Bürgermeister ist nicht dabei. Okay, aber es ist eine Folge, in der sich Carla und Mania begegnen. Korrekt. Das ist relativ wichtig, glaube ich, weil meine erste Tendenz war der Schulgarten tatsächlich. Nee, der ist es nicht. Weil da Carla und Mania auch zusammentreffen. Florian und Marita sind auch dabei. Carla und Mania. Okay, ich bin jetzt nicht sicher, weil ich daran, weil ich gerade nicht ganz sicher bin, ob Carla dabei ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Bibi braucht Hilfe ist. Nee, ist es nicht. Okay, dann da ist Carla nicht dabei wahrscheinlich, oder? Nee, da ist auch bei Bibi braucht Hilfe. Genau, es ist ja die allererste Folge mit den neuen Eltern. Da sind noch die alten Eltern. Okay. Das ist eine Folge, über die wir gestern gesprochen haben. Klammer auf, wir haben gestern auch schon aufgenommen, Klammer zu. Ist es das Dino-Eye? Ja. Ah, okay. Es ist das Dino-Eye. Gut, es gibt einen halben Punkt zumindest. Ja, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht hatten wir jetzt schon. Okay, von insgesamt? Ich habe insgesamt glaube ich 25. Oh Gott. Ja, mal gucken, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ach, jetzt wird es lustig. Bibi, Barbara, Bernhard, Oma Grete, Erzähler. Das dürfte Bibi zieht aus sein. Genau, neben der Folge mit dem Geisterkater, die mit dem allerkürzesten SprecherInnen-Ensemble. Bleibt ja auch tatsächlich im Blocksberghaus. Ja, fast wie so ein Kammerspiel in dieser Folge, ne? Okay, dann kommt jetzt Bibi, Barbara, Bernhard, Walpurgia, Malizia, Kuriosus, Runzia und der Erzähler. Oh, das ist jetzt die Frage, ob... Ja, du denkst an zwei Folgen. Ja, ich denke vor allem darüber nach, ob Runzias Auftritt tatsächlich geführt wird mit einem Namen. Also, weil, um dich mal einzuweilen in meine Gedanken, ich war jetzt bei das gestohlene Hexenkraut, da hört man Runzia aber nur schnarchen. Richtig. Und deshalb fände ich es interessant. Sie wird wahrscheinlich dann nicht als Sprecherin aufgeführt, oder? Ich glaube nicht, dass sie in der Folge... Okay, dann wird es die Folge nicht sein. Sag nochmal bitte. Bibi, Barbara, Bernhard, Walpurgia, Malizia, Kuriosus, Runzia und der Erzähler. Dann dürfte es die vertauschte Hexenkugel sein. Ganz genau richtig. Also der zweite Teil mit Malizia. Ja, genau. Der erste wäre ja Mami in Not gewesen. Aber da wäre ja so ein Käpt'n Krabbe und der Herr Krempel und so dabei gewesen. Und eben nicht Runzia. Ja. Runzia ist ja der Aufhänger, weil eben Runzia mit Barbara Blocksberg wegen der Goldhexerei aneinander gerät. Aber das ist nochmal eine gute Strategie. So bin ich bislang gar nicht vorgegangen, auch über das Ausschluss, also darüber zu gehen, wer nicht dabei ist. Das ist nochmal ein guter Tipp. Okay. Jetzt wird es lang und ich lasse erst einmal zwei Namen weg. Okay. Mal sehen, ob du so draufkommst. Bibi, Barbara, Bernhard, Oma Grete, Carla, der Bürgermeister, Pichler, Frau Müller-Riebenseel, Moni, Marita, Florian, Schubia, Flaui-Paui, Xenia, Mania, Walpurgia und Erzähler. Das kann doch nur Neustadt in Gefahr sein. Genau. Und welche beiden habe ich weggelassen? Kili und Herrn Missione. Genau. Den französischen Herrn Nase. Weil das wäre dann, glaube ich, zu einfach gewesen. Aber dieses riesengroße Ensemble, ich glaube, das hat sehr viel hergegeben. Auf jeden Fall. Ich kann mich auch nicht erinnern, gibt es noch eine andere Folge, in der Mania auf Schubia trifft? Nein, oder? Mania und Schubia? Nein, Frau Müller-Riebenseel auf Schubia. Nee, oder? Ich glaube auch nicht. Dann jetzt, okay. Bibi, Barbara, Bernhard, Margie, Cecily, Patrick und der Erzähler. Also nur die Blocksbergs und nur die Thunderstorms. Okay, dann ist es die weißen Enten nicht, weil da fehlen die beiden komischen, sehr richtigen Typen. Die Trunkenbolde. Ja. Kommt bei den Schlossgespenstern. Da ist jetzt auch wieder die Frage. Oh, ich glaube aber die Gespenster. Oh. Ich frage mich gerade, ob die Gespenster reden. Nee, nee. Aber da sind ja Leute, die kommen dann zu dem Schloss, um sich das anzugucken. Die werden garantiert aufgeführt sein. Eben. Dann kann, ah, dann wäre ich jetzt bei das verhexte Handy, aber da gibt es ja den, diesen kleinen Roboter in der App, der redet. Okay, so wie du guckst, ist es das verhexte Handy. Es ist das verhexte Handy, ne? Dieser Surgy, der so komische Geräusche macht. Ja, ich hätte gedacht, der ist vielleicht auch aufgeführt. Nee, nee, nee. Der macht ja so komische Geräusche. Aber es war klar, jetzt bei den Thunderstorms, so viele Auftritte haben die ja nicht. Ja. Da muss man eben gucken, wo tauchen eben nur diese auf. Genau. Stell dir mal vor, du hättest so eine Folge von den drei Fragezeichen. Ich würde dir vorlesen, Justus, Peter, Bob, Tante Mathilda, Onkel Titus, Inspektor Kotter und der Erzähler. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Aber ist ja, dürfte, glaube ich, in der Form nicht vorkommen. Nee, kommt nicht vor. Nee, nee, nee. Okay. Dann Bibi, Barbara, Bernhard. Ja, wie könnte das anders sein? Carla, der Bürgermeister. Brandrat Lichterloh, die Stadträtin. Ein Postbote. Doktor Bohrer. Ein Nachbar. Der Pilot. Der Co-Pilot. Der Tauer. Und der Erzähler. Okay, also sie werden in dieser Folge höchstwahrscheinlich an einem Flughafen sein. Weil sonst gäbe es kein Tower und keine Piloten. Doktor Bohrer. Was? Ja. Kommst du echt nicht drauf? Also es wird sehr viel geflogen in dieser Folge. Ja, ich bin jetzt gerade bei der neue Hexenbesen. Ja, ja. Aber ich weiß, dass, ach sie ist, ja stimmt, Barbara isst ja bei Dr. Bohrer und hext sich dann die Füllung zu. So ist das. Weil ich hatte gerade im Kopf, dass sie den Termin absagt, aber das tut sie gar nicht. Bibi hat ja den Termin vorverlegt. Ja, genau. Und dann muss Barbara dahin eilen. Ja, okay. Vermutlich noch mit ungeputzten Zähnen. Aber das nur so am Rande. Um Gottes Willen. Okay, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Bibi, Barbara, Carla, Tina, Frau Martin, Holger, Graf von Falkenstein, Alexander von Falkenstein, Dagobert, Eichhörnchen, Tinas Opa und der Erzähler. Ja, das kann nicht das Reitturnier sein, weil da fehlt unter anderem das Brauereibesitzer Töchterlein, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Conny. Conny. Conny, Conny, Conny. Dann muss es ja, dann kann es ja nur der Reiterhof Teil 1 oder der Reiterhof Teil 2 sein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und es geht um Tinas Opa. Der ist dabei? In gewisser Weise ja. Also in gewisser Weise. Mit einer Sprechrolle. Oh, dann bestimmt in einem Flashback. Okay. Sag nochmal. Also Bibi, Barbara. Ja. Carla. Dann, ja, so ne, Entschuldigung, weiter. Also Frau Martin, Tina. Dann ist es die zweite. Es ist die zweite. Weil Carla in der ersten nicht dabei ist. Genau. Und auch das Eichhörnchen und auch Alexander sind im ersten Teil nicht dabei. Ach so, okay. Das hätte ich jetzt, bei mir ist es an Carla gegangen. Und ich frage mich gerade, ob Barbara in der zweiten noch dabei ist. Ja, ja klar. Sie muss ihre Tochter ja auch wieder abholen. Ja, genau. Stimmt, ja. Richtig, richtig. Okay. Ja. Bibi, Barbara, Schubia, schon wieder ohne Bernhard. Xenia, Mania, Walpurgia, Zickia, die Krone und der Erzähler. Die Krone? Die Krone. Die Krone? Übrigens gesprochen von Kattling Gavlig, aber das nur nebenbei. Die Krone? Die Krone. Okay, ich sage jetzt einfach mal diese Folge, weil ich sie nur einmal gehört habe und ich mir da vorstellen könnte, dass da eine Krone, die spricht, drin vorkommt. Ist es alles voll verhext? Nee, der Titel ist ähnlich. Ist es, also bin ich nur mit dem Folgentitel falsch oder? Du bist auch mit der Folge falsch. Ach so, okay. Aber der Folgentitel klingt ähnlich. Gibt es die Folge Alles voll verhext? Ja, oder? Ja, klar. Gut. Hätte sein können, dass die... Wo taucht Zickia überall auf? Genau, hätte sein können, dass die anders heißt. Aber in Alles voll verhext ist Zickia dabei, da hast du vollkommen recht. Eine Krone? Ich bin leider nicht so gut, in welchen Folgen Zickia vorkommt. Es muss ja eine relativ neue Folge sein, weil da relativ viele Hexen drin vorkommen. Aber eine Krone? Ich glaube, die Folge ist aus dem Jahr 2018, 2019 so. 2019 ist die, ja. Da muss ich leider passen. Es ist die Folge ausgehext. Oh, die habe ich auch lange nicht gehört. Ja, mit der... Grundbrühe. Genau, mit der geschrotteten Grundbrühe. Okay, die habe ich jetzt lange nicht gehört. Und ich sage mal, von ausgehext zu Alles voll verhext? Ja, hast du recht. Das ist halt mit der Krone. Alle Süßigkeiten sind umsonst. Das weiß ich gar nicht mehr. Dann wird es jetzt wieder ein bisschen einfacher. Bibi, Barbara, Bernhard, Elfriede, Hugo, Carlo, der Polizeipräsident. Zwei Polizisten, von denen einer Hans Herbert heißt. Ein Radiosprecher. Mehrere Passanten. Der Erzähler. Kommst du schon drauf oder muss ich noch eine Figur nennen? Nenn mal noch eine. Opa Borstig. Der Showstealer dieser Folge. Ja, ich habe im Kopf... Ja, Opa Borstig. Ist das der Autostau? Ja. Aber wer ist denn Carlo? Dieses kleine Kind da im Auto. Ach so. Kusch Carlo, du sprichst nur, wenn du gefragt wirst. Ach, okay. Es ist nicht der kleine Hexer. Ja, eben. So ein bisschen irritiert. Da wäre die Mutter dabei. Ja, zum Beispiel. Ja, okay. Carlo hat mich irritiert. Ja, das kann ich verstehen. Okay. Aber es sieht gut aus bisher. Muss ich auch sagen. Ich bin sehr überrascht von mir selber. Bibi, Barbara. Barbara, Bernhard, Carla, Mania, Amanda, Arcadia, Waza, Eduard und der Erzähler. Das dürfte der Hexengeburtstag sein. Absolut korrekt. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Arcadia? Nee, durch den Ehemann. Ach, den Eduard. Eduard. Eduard ist eine Hexe. Genau. Eduard ist eine Hexe. Dadurch bin ich drauf gekommen. Aber ich hätte gedacht, das wäre auch Arcadia gewesen, weil die hat ja jetzt in den Hörspielen wirklich nur sehr wenige Einsätze. Nee, bei den ganzen Hexen, die dann in den Hexenversammlungen und so auftreten, da bin ich gar nicht so firm. Wie gesagt, es war Eduard. Also, wie gesagt, was Arcadia betrifft, mich irritiert ja auch, dass ausgerechnet die bei der Geschichte mit dem Schluss dabei ist, ne? Ja, stimmt. Da hat man gerade vorher Exaxenia eingeführt und ja, dann sowas. Okay, so wie ich das sehe, haben wir jetzt schon 17, von denen du 15 richtig beantwortet Ich muss wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ja noch eine Seite vor mir. Ich kling schon wieder fast ein bisschen wie der Malula. Ein bisschen. Bibi, Bernhard, Carla, der Bürgermeister, Pichler, Marita, Florian, Amanda, der Polizeipräsident, Das ist der Superhexspruch. Der Schulrat, Herr Krämer, eine Eisverkäuferin und der Erzähler. Das ist der Superhexspruch. Juhu. Guck mal. Was war der Aufhänger? Der Polizeipräsident oder? Äh, ja. Oder dass Barbara nicht dabei ist? Ne, der Polizeipräsident eher. Okay. Eigentlich und Amanda komischerweise. Also Bernhard und Amanda. Ja, weil Amanda ersetzt ja Bernhard. Ja, genau. Okay. Barbara meinst du? Ja. Bibi, Barbara, Bernhard, Carla, der Bürgermeister, Frau Müller-Riebenseel, Professor Hagelkorn, Marita und der Erzähler. Der Flaschengeist, der Wetterfrosch. Klasse, das war genau richtig. Der Flaschenfrosch. Der Wettergeist. Flaschenfrosch ist auch geil. Oh Gott, ein Frosch in der Flasche. Ja. Um Himmels Willen. Okay. Bibi, Carla, der Bürgermeister, Pichler, Manja, Amanda, Zikia, der Maharadscha von Vishnipur und der Erzähler. Oh, der Maharadscha von Vishnipur. Wo taucht der denn auf? Oh, ich habe gerade ein Blackout. Das ist eigentlich eine sehr, sehr eindeutige Auflistung. Ich habe es ja auch in der Kategorie leicht gelistet. Ja, ich frage mich gerade, warum ich nicht weiß, wo der Maharadscha von Vishnipur dann vorkommt. Häng dich nicht am Maharadscha auf. Häng dich an Zikia auf. Ist es dann das gestohlene Hexenkraut? Es ist das gestohlene Hexenkraut. Er kommt ja, stimmt, deshalb können ja, kann ja der... Das ist meine Lede an den Maharadscha von Vishnipur. Genau, den kann ja der Bürgermeister nach der Hexerei nicht ausführen. Ja, stimmt. Genau, das ist das. Und am Ende kommt der Maharadscha, hat diesen Kurzauftritt. Oh, ist das nicht meine Freundin, Bibi Blocksberg? Wo Uli Herzog die Rolle übernommen hat, weil eigentlich ist der Maharadscha damals ja von Christian Rohde gesprochen worden. Okay, ja, bleiben noch fünf. Wir haben jetzt schon 20 und 18. Ja, sehr gut. Bibi, Carla, der Bürgermeister, Pichler, Florian, Freddy Pfleglich, Polizeimeister Blaulicht und Erzähler. Das ist und die Piraten. Genau, eine Folge, die wir auch schon analysiert haben. Freddy Pfleglich. Oder eigentlich Friedrich, aber Freddy genannt. Und du hast jetzt gemerkt, das waren jetzt zwei Folgen in Serie ohne die Elternblocksberg. Das stimmt, ja. Weil ich habe ja gesagt, dieses Dreigestirn, Bibi, Barbara, Bernhardt. Das ist ja auf Dauer auch langweilig. Das ist, ja, okay. Okay, dann Bibi, Barbara, Bernhardt, Bürgermeister, Pichler, Schubia, Flaui Paui, Xenia, Herr Krampe, Willi und der Erzähler. Mein erster Impuls war die Junghexenbande. Und der erste Impuls ist meistens auch der richtige. Jawoll. Weil klar, alle vier sind dabei. Und vor allen Dingen das Dreigestirn, von dem wir schon sprachen. Genau, das Dreigestirn ist dabei. Und interessant, dass bei dieser Story ausgerechnet Carla Kolumna fehlt. Stimmt, ja. Wobei, der Aufhänger der Story ist ein Zeitungsbericht von ihr, der ja vorgelesen wird, mit dem Motorbootrennen. Ja, genau. Und dann taucht Carla Kolumna in dieser Folge selber gar nicht auf. Was ist das denn? Ja, vielleicht konnte sie nicht. Ja gut. Vielleicht hat sie ihren Geburtstag nachgefeiert. Okay, bleiben noch drei. Okay. Bibi, Barbara, Carla, der Bürgermeister, Flaui Paui, Xenia, Abata, Thea Tüftel, Tobi und der Erzähler. Ja, das ist Thea Tüftel. Aber wie heißt denn die Folge nochmal? Ist das der gestohlene Hexenbesen? Fast, fast. Der Geklaute, der... Aber die Folge ist richtig, nur der Titel. Ja, ich hab das Cover im Kopf. Was ist denn mit dem Besen passiert? Ist gestohlen worden, klar. Aber er heißt nicht der gestohlene Hexenbesen. Verschwundene? Nee, der Hexenbesendieb. Ach ja, genau. Wobei es ja eigentlich nicht richtig ist. Es müsste eigentlich die Hexenbesendiebin heißen. Stimmt, hast recht. Trotzdem natürlich richtig. Okay. Okay. Jetzt die letzten beiden. Die, die jetzt kommt, ist leicht. Und danach kommt die Königstage. Bibi, Barbara, Bernhard, Oma Grete, Amanda, Malizia, Ziamali, Nashti und der Erzähler. Boah, ist denn Ziamali noch her? Ja. Das ist, glaube ich, auch wieder so eine Folge wie Ausgehext, bei der ich irgendwie, die ich sehr selten nur höre. Ich glaube, die hast du häufiger gehört, weil die ist eigentlich auch recht gut. Nee, muss ich passen. Es gibt ja nicht allzu viele Folgen, wo Malizia dabei ist. Ja. Wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht über Malizia. Und ich lasse dich jetzt nicht raus, ehe du das hier richtig beantwortet hast. Was ist denn Malizia noch dabei? Die Anzahl der Folgen mit Malizia. Du kannst ja mal durchgehen. Es sind ja, glaube ich, fünf, sechs. Ja, es ist nicht die Folge in Paris. Nein, es ist nicht die Folge in Paris. Es ist auch nicht die mit der gestohlenen Hexenkugel, die hatten wir ja schon. Stimmt, die hatten wir schon. Mami in Not kann es ja auch nicht sein, habe ich gerade auch schon gesagt. Wieso? Ja, mit Herrn Krempel und Käptenkrabbe. Ach so, Mami in Not, ja genau. Bleiben noch drei. Ja. Aber ich stehe echt gerade auf dem Schlauch. Du hast damals gesagt, das ist die Folge, wo Malizia am wenigsten schurkig ist. So hast du es beschrieben. Aber ist das dann, rettet das Hexenfest? Nein, da ist Malizia nicht dabei. Das ist Zikia, oder? Da ist Zikia dabei. Wie gesagt, die beiden nicht verwechseln. Es wird dir gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Ja, wahrscheinlich, dann lass es mir mal wie Schuppen. Es ist das TV-Hex-Duell. Ah, ja, Zia, Mali, Malizia. Genau, wo die in der Gameshow sind. Stimmt, hast recht. Wo es um das Hexenbuch geht, was dann gewonnen wird. Du hast recht, ja. Okay. Gut, und jetzt kommt die Königsfrage. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich sage ganz ehrlich, da könnte ich mir vorstellen, da hätte sogar ich Probleme. Okay. Also, ich habe sie mal als ultraschwer-bonusfrage deklariert. Bibi, Barbara, Bernhard, Carla, Bürgermeister, Pichler, Marita, Erzähler. Also, überhaupt keine seltene Nebenfigur. Marita ist dabei. Marita ist dabei. Gut, es ist auf jeden Fall nicht der verhexte Bürgermeister. Das war mein erster Gedanke. Da wären ja noch andere dabei, genau. Genau. Es ist auch nicht, Carla gibt nicht auf, weil da fehlt Herr Schmeichler. So ist das. Es ist definitiv eine Folge, die wir beide sehr mögen. Kannst du grob eingrenzen, in welchem Jahr? Also, eher vor oder nach 2000? Vor. Vor 2000? Okay. Also, immer noch, also alle mit dem alten Sprecherensemble. Okay, das ist schon mal nicht so, so unwichtig. Marita, das muss ja also nach der Folge vom Sportfest sein. Definitiv, ja. Weil erst ab dann ist ja Marita aufgekriegen. Richtig. Und im Grunde nach der Folge mit der Prinzessin, weil da erst Pichler auftaucht. Okay, so weit wäre ich jetzt gar nicht gegangen. Was könnten, dann müssen sich ja wahrscheinlich Carla und der Bürgermeister wieder gestritten haben. Ah, warte mal. Ja. Warte mal. Kommt da, jetzt muss ich gerade überlegen, kommt da noch jemand anderes vor? Es ist Mami's Geburtstag? Es ist Mami's Geburtstag! Klasse! Das war genau richtig. Weil die Folge macht eigentlich so den Anschein, als müssten da mehr Leute bei sein. Total, ne? Ja. Und ich war selber erstaunt beim Reingucken, dass das Ensemble mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stimmen inklusive Erzähler, wie du sagtest, wirklich sehr überschaubar. Und das gibt noch einen dicken, das gibt fast einen doppelten, wenn du so möchtest. Also, du hast von 25 hast du 22 richtig beantwortet. Das ist wesentlich besser, als ich dachte. Ich hatte nämlich, muss ich ehrlich zugeben, im Vorfeld schon überlegt, ob wir als Ersatz eine andere Folge planen, falls ich mich komplett ablose. Ne, aber hat doch alles wunderbar funktioniert. Sehr schön, da bin ich glücklich. Und wie gesagt, auch das jetzt gerade mit Mami's Geburtstag, wenn du wirklich keine markante Nebenfigur hast. Ja. Weil ich hab drauf geachtet, hm, was könnte zum Beispiel zu einfach werden, wenn zum Beispiel, ich sag mal, Gerda oder Norbert Seifert. Ja. Da wäre klar, es ist Bibis neue Freundin. Oder irgendwie Heimleiter Buchholz, klar, das ist dann der Schulausflug. Der Schulausflug. Tante Paula ist der verhexte Sonntag. Ja. Ja. Oder halt Frieda, ne? Mhm. Das ist dann hier. Stimmt. Oder Mimi Witschi, ohne Mami geht es nicht. Alles relativ so. Da hab ich so ein bisschen drauf geachtet, weil das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu einfach gewesen. War eine gute, war auf jeden Fall eine gute Mischung. Und mir kam auch zugute, also ausgehext oder auch zum Beispiel sowas wie Freunde in Gefahr und so. Das sind so Folgen, die hör ich nicht oft und deshalb, ja, die waren schon gute Folgen dabei. Wobei ich dachte, bei ausgehext mit der Krone eben, dass du darauf kommst, weil das eben so dieses Markante ist. Muss ich nochmal hören. Alle Süßigkeiten sind umsonst. Juhu. Freue mich. Wunderbar. Guck mal, Antje ist zufrieden. Ja. Hast du gut gemacht. Du, ich sag mal, wenn du von 25, danke schön, du hast es noch besser gemacht. Haha. Ich sag mal, 22 von 25, das ist, ich sag mal, eine 2 plus. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Sehr schön. Damit gehe ich doch gerne aus diesem Produktionsblock raus. Ja, wie gesagt, das war ein kompletter Produktionsblock. Das war jetzt wieder mal die siebte Folge, die wir in den zwei Tagen aufgenommen haben. Ja. Und Antje wird gleich wieder nach Hamburg fahren. Du nach Härten. Ich nach Härten. Und morgen geht der Alltag von vorne los. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Mitraten. Bestimmt. Und dann, bis demnächst. Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder.